Das ist ja der Horror. Stell dir vor, du bist alt, sitzt im Rollstuhl, bist pflegebedürftig und ziemlich allein. Du kannst dich nicht selber waschen, kannst nicht selber auf die Toilette gehen, kannst nicht einkaufen. Wenn dir was hinfällt, du kannst es nicht aufheben. Deine Verwandten wohnen weit weg. Du telefonierst mit ihnen, Freunde kommen selten, aber Gott sei Dank kommt zweimal am Tag morgens und abends der Pflegedienst. Der bringt dir die Medikamente, guckt, ob das Essen auf Rädern da ist, ob der Kühlschrank voll ist, wäscht und pflegt dich und vor allem, du kannst wenigstens mal ein paar Minuten mit jemandem reden, sonst ist das Fernsehen die einzige Stimme, die du am Tag hörst. Und jetzt der Horror. Du bekommst einen Brief von deinem Pflegedienst. Leider müssen wir den Pflegedienst ab der kommenden Woche einstellen. Heißt, es kommt keiner mehr. Hallo, wie soll das denn gehen? Aber leider passiert das ab und zu und immer öfter. Pflegenotstand nennt man das. In der Zeitung las ich, dass einzelne Pflegedienste jetzt tatsächlich Kündigungen verschicken. Leider haben wir nicht mehr die Kapazitäten, sie weiter zu pflegen. Ja und dann? Bei meinen Besuchen in den Pfarreien erlebe ich immer wieder, gerade bei der Caritas, ganz engagierte und großartige Pflegerinnen und Pfleger. Die wünschen sich aber, dass ihre gute Arbeit anerkannt wird und dass sie auch finanziell besser ausgestattet wird, damit dieser Beruf attraktiver wird. Eine neue Herausforderung für unsere Gesellschaft. Im Nachtgebet heute bete ich darum, dass die Menschen, die diesen Dienst tun, Kraft und Wertschätzung erfahren. Gleichgültig, ob sie es beruflich tun oder in ihrer Familie. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.